Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Wir sind hier beim letzten Mal mit Tess unterwegs gewesen und da gehen wir jetzt einfach mal weiter. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Welche Kugeln? Ah, da. Ja, danke. Ich finde allgemein krass, wie viel halt, ich meine, das ist 20 Jahre nach dem Start quasi der Apokalypse. Und es liegt hier halt alles noch so rum, hier ist noch so ein Kleberoller und so. Man könnte meinen, das brauchen die Leute doch halt und es wird viel mehr gelootet und wird nicht so schön hier rumstehen noch anders. Vor allen Dingen, wenn das hier anscheinend ja eine Route ist, wo die laufend lang gehen. Oh, hallo. Ich habe das Spiel mal ein bisschen lauter gemacht. Aber das passt jetzt so. Ich habe auch mal die Einstellung noch ein ganz kleines bisschen runterschraubt. Ich brauche echt nämlich viele Hardware-Spiel. Na, dann warten wir mal. Alles klar. Nicht jetzt, Terrence. Nicht jetzt, Terrence. Ach, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Da sind wir am letzten Mal hier an die Tür gegangen. Okay. Jo, hi Terrence. Ohne Lebensmittelkarte gibt es kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Okay, hier werden Schuhe verkauft, getauscht. Wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Na, lecker. Hey, mach es ja nicht, dich vorzudrängeln. Na super. Ich warte hier schon Ewigkeiten. Ja, wir gehen schon weg. Tut mir leid. Wir sind alle vorbestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Okay. Okay, okay. 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 Sehr einladend hier. Hallo. Hallo. Anfassen heißt kaufen. Tess, es ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum sie nicht mehr vorbeikommt. Na, wo willst du denn hin? Hier durch. Oh, sorry Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Okay, Tess hat hier anscheinend ein bisschen was zu melden. Hier irgendwie überhaupt nicht. Wer ist das? Alter Bekannter. Frag nicht. Lol scheint nicht so oft hier zu sein. Hallo, hallo. Hey, haben wir noch irgendwas hier, was wir mitnehmen können? Oh, was ist du denn da? Ne, ich nehm dir die Giraffe schon nicht weg. Want it? Besucht wegen Firefly-Komplizenschaft. Marleen. Beschreibung Mitte 40, 71, blablabla. Vorstrafen. Die Verdächtige wird unter anderem wegen Terrorismus, Mordes, Verschwörung zum Mord, Fälschung, Bestechung und Raub gesucht. Da sie als Firefly bekannte Terror... Da sie die als Fireflys bekannte Terrorgruppe organisiert und angeführt hat. Vorsicht, die Verdächtige gilt als bewaffnet und gefährlich. Okay. Wenn wir ja zu kennen. Wenn, äh... Wir haben ja vorhin, glaube ich, über sie geredet. Weil sie mit Tess losgestiefelt sind. Ich suche Robert. War er hier? Robert Allen Jr.? Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Okay. Ich meine mich zu erinnern, dass wir gleich hier fighten dürfen. Hallo? Wir suchen Robert. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Mischstück. Ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Scheiß drauf. Tess ist halt echt so eiskalt. Werde euch nicht! Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Okay. Geh nicht, tritt auf Klinger zu, nutze in der Umgebung. Um dich ihnen von der Seite zu nähern. Okay. Okay, der ging daneben. Zack. Oh, das verzieht aber ganz schön, wenn ich schieße. Ja gut, ist ja auch nur realistisch, dass man einen Rückschluss hat. Okay, drei Schuss, zwei Treffer. Oh. Oh. Ja, die sehen jetzt nicht mehr ganz so gut aus. Welche looten? Die hatten doch Waffen. Nein, nicht so. Okay. Einmal nachladen, bitte. Aber da geht's lang. Hilfe, Matas. Okay. Hm. Oh, retten. So, das da vorne sieht doch schon wieder nach Fighten aus. Hier sind wir wieder so viele Möglichkeiten, in Deckung zu gehen. Ja, warte. Ich glaube, das wird mir schon angezeigt, wenn da was wäre. Oh, der kommt. Ja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat es erwischt, als sie Tests jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Ach, Quatsch. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll er noch machen? Lenn und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Weiter. Weiter. Oh, nicht sprinten. Den hier gerne auch lautlos ausschalten. Greifen. Okay. Gucken wir einmal. Da ist Tests. Da ist noch auf jeden Fall einer drin. Oder zwei. Da ist nichts. Gucken wir nochmal. Da ist einer. Da ist noch einer. Was ich sagen wollte. Ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr fünf Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, die stellten alle an die Wand und peng, peng, peng. Haben alle exekutiert. Peng, peng, peng. Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Was ist alles bei denen? Ehrlich? Tests, hol den dir. Tests. Ach, Tests. Tests. Tests, du holst dir den zweiten. Ja, Junge. Und jetzt? Okay, ich glaube, der ging ins Herz. Okay. Okay, Money und Schlüssel. Yes! Mann, ich dachte, wir machen jetzt hier so einen Duo-Angriff. Oh, nee, das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber da können wir uns Sachen basteln im Inventar. So, dann haben wir hier noch irgendwas. Ah. Nee. Und Folge halt. Dann weiter hier lang. Okay. Okay, wir gehen in den Zungenknapp, suche nach anderen über den Lebensstrategien. Ja, da sind drei. Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay. Erst mal ein bisschen beobachten. Okay, der kommt hier rein. Den schnappen wir uns. Hallo, komm mal mit. Schreien könnte der jetzt natürlich, aber... Ja. Ja, ist der vorbei. So, der hat eine Knarre fallen lassen. Warum kann ich die nicht looten? Okay, mal gucken. Okay, so sehe ich die denn jetzt nicht. Sind die... Sind vermutlich da hochgegangen. Oder ist da einer reingegangen? Ich weiß es nicht. Finde ich jedenfalls nicht angezeigt, wenn es so ist. Okay, jetzt nicht. Da drin ist einer. Und wo ist der zweite? Da war dann noch einer. Da oben sind noch welche. Vielleicht kann ich ihn ja... Vielleicht kann ich ihn ja... Hey Mann, mach jetzt keinen Scheiß. Ja, Moment. So. Er ist weg. Na, die bewegen sich. Gleich nur mal nach oben. Da ist noch einer. Ich weiß aber mal, der hat mich da hinten nicht gesehen. Okay, er hat mich gesehen. Zack. Aua. Hat nicht so geklopft, wie ich das wollte. Na, komm, wo bist du? Nummer eins. Da war dann noch einer. Oder war der das? Okay. Okay. Okay, scheinbar, wenn die anfangen zu reden, dann... Dann sind die Gegner weg. Okay, um einen arglosen Gegner zu packen und effe einen lautlosen Messer-Kill. Okay. Rezeptmesser freigeschaltet. Weil die Messer braucht man, glaube ich, auch, um manche Türen zu knacken. So, was haben wir hier noch? Erst der Öffelpaket. Äh, nee, die Flasche kann ich nicht gebrauchen. Nicht damit. Oh Gott. Okay. Mal hinten schauen. Laptop, damit können wir nichts machen. Okay, ich glaube, das war's. Okay. Okay, das hat nicht funktioniert. Muss ich gedrückt halten? Ah, okay, tot. Ich müsste spammen. Oh, ist ja gar nicht laut. Oh, Framedraft. Sorry für die Framedraft. Mein PC ist scheinbar ein bisschen zu schock für das Spiel. Okay, da sind ein paar Gegner. Wir müssen klug vorgehen. Ja. Kampf oder lautlos. Achte auf deine Vorwerte, wenn du entscheidest, wie du deine Feinde angehst. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Okay, wir machen erstmal lautlos. Also, fünf waren da mindestens. Moment. Oh, da ist nur ein Messer. Ist aber hier ganz... Spiel, berück dich. Ja, das Spiel soll ja allgemein nicht so stabil laufen. Aber ich hatte so Bock, das zu spielen. Dass ich jetzt nicht warten wollte, bis dann noch irgendwie 3000 Patches vielleicht mal kommen. So, schauen wir uns den hier. Nee, wir können das nicht. Ich glaube, Menschen kann ich einfach so killen. Messer-Kills sind später für die Infizierten. So. Hackstein. Ähm. Wie kann ich den denn... Oh. Ich muss mal gucken, wie man das einfach wieder fallen lässt. Oh, der hat mich fast gesehen. Da ist noch irgendwo einer. Oh. 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 Mach mal nicht. Mach mal nicht. Okay, das müssen wir jetzt einmal machen. Okay. 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 Ähm. Okay, du bist down. Ähm. Okay, F um anzugreifen. Okay, mit F mache ich... Scheinbar der Nahkampfangriff? Ich wusste es nicht, wie ich mit dem komischen Stock zuhaue. Okay, mit F. Das gleiche, oder? Ja. Oh. 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 Und zack. Schmeckt das Brett. Oh. Oh, danke, Tess. Zack. Jetzt sind wir aber auch gleich tot. Das lief nicht so gut. Aber... Wir leben. Ähm. Ich benutze das jetzt mal noch nicht. Wie? Mit rechts klicken ich mir Pistole. Nicht auf eins. Was ist eins? Drei? Drei ist die Pistole, nicht eins. Wenn ich eins drücke, geht es automatisch auf die zwei. Ja, ganz komisch. Okay, wir sind verletzt, aber wir finden hier bestimmt doch wieder so einen Schokoriegel. Ähm. Da ist irgendein Zettel. Was wollen wir denn mit dem Kerl? Mir passt nicht, wie er uns herumkommandiert. Sein bescheuerter Pferdeschwanz passt mir nicht und dass er uns nur noch nicht bezahlt hat, schon gar nicht. Die Leute, die hinter ihm her sind, sind die Gefährlichsten in der Stadt. Was machen die wohl, wenn sie Spitz kriegen, dass wir da mit drin hängen? Ähm. Sagen wir... Killen euch? Ja, Robert verarscht sie wirklich alle. Okay, okay, okay. Gibt es hier irgendwo Heilung? Ich möchte eigentlich jetzt nicht meinen Medikit schon benutzen. Ich hab nur eins. Hm. Ja, das ist noch ein Medikit. Okay, dann... Warte mal, sieben ist das Medikit, ne? Ja. Okay, hat nicht vollgeheilt. Aber was mich gerade mehr interessiert noch... Wollen wir mal einen Test? Ich komm gleich wieder. Hm. Hier. Einmal einen Stein. Kann ich jetzt... Okay, ich nimm den Stein mit. Wollte ich gucken. Was ist das? Eine Flasche. Okay, dann nehmen wir den Stein mal mit. Vielleicht können wir den noch gebrauchen. Sottes. Sottes. Muss mal schauen. Hallo? Ist hier was? Nein. Oh! Zurück, zurück! Zurück, zurück! Wir wollen nur reden, Robert! Hi, Robert! Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Oh, haut ab! Okay, hinterher! Robert! Ja, ich bin dabei. Komm, wend da rein! Robert! Hey, Robby! Komm nochmal wieder! Ich glaube hier lang! Ich hoffe hier lang! Robert! Tess! Joel! Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu! Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich, ich, ich will damit nur sagen! Die Waffen! Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... Es ist kompliziert. Okay? Hör zu! Lasst mich einfach rausreden, okay? Ah! Fuck! Stopp! Stopp! Robert! Robert! Hör auf zu jammern! Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft! Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauch einfach nur mehr Zeit. Gib mir ne Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Schon so weit ist doch gar nicht. Wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah, verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hm? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Ich glaub, so funktioniert das nicht. Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist ne Scheißidee. Scheiß auf dich, Robert! Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wie erklären es ihnen? Na dann? Suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Green Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebens. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich hab sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Tch, Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Klingt nach nem Scheißjob. Das ist ein Scheißjob. Was ist das denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Okay. Bye, Robert. Okay, gibt's hier was? Sollte mich vielleicht jetzt hier nicht umgucken. Kommt, Tess. Tess, nicht zu langsam. Okay, das sieht schon echt beeindruckend aus, so statt zu gucken. Ja, scheint's, als ob sie nicht mehr viele Leute hat. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldigkeit. Sie wollten uns provozieren. Sie haben's wohl geschafft. Ich nehm das Fenster. Oh, hier ist, hier ist da. Chair, Klebe, Mensch. Ja, Moment, ich muss looten. Looten, looten, looten. Hier ist nix mehr zu looten. Können wir daraus eigentlich was machen? Achso, nee, wir haben da noch nicht genug. Nur ein bisschen was davon gefunden. Was ist das ja eigentlich? Militärbrochschürer. Gucken wir's mal hin, Mann. Ah, Infektionsstadium. Stadium Runner. Sie dürfen dich nicht überrennen. Cordyceps hat die motorischen Funktionen des Wirts übernommen. Die schnellen, wendigen Infizierten des ersten Stadiums bewegen sich für gewöhnlichen Gruppen. Passen Sie auf, dass sie nicht überrannt werden. Stadium Stalker. Verstecken Sie sich und lauern Ihren Opfern auf. Umgebung überprüfen. Vor denen habe ich Angst, da sind die Jumpscare-Zombies. Klicker sehen nichts. Völlig blind, exzellendes Gehör spüren. Beute per Echolokation auf. Auf Entfernung halten. Infizierte im dritten Stadium sind für wilde Attacken extrem tödlich. Der Klicker ist wohl so dieser Signature-Zombie von... Äh, The Last of Us. Stadium 4. B? Fragezeichen. Ja, ich weiß schon ganz genau, was das ist. Ähm. Zurück. Haben wir noch? Karte der QZ Boston. Ja, das ist unser Städtchen. Karte der Quarantäne-Zombie von Boston. Nee, nicht so. Wir werden mit Escape das wegmachen. Ähm. So. Okay. Jetzt kann ich dir helfen. Ähm. So. Einmal... Hey, hältst du das noch durch? Es geht. So. Lass mich ja mal hier kurz gucken. Aber ich glaube, nee, ist nix. Nee, sieht nicht so aus. Okay, das hier sieht wieder nach... Ein bisschen Schießübungen aus. Moment, Soldaten. Da geht's raus. Die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie's läuft. Lasst uns gehen. Wir müssen zu dieser Tür. Okay. Da ist einer. Okay. Ich kann nicht geduckt rennen. Dann steh ich auf. Da steht einer. Da steht einer. Da steht... Oh. Ja, und tschüss. Oh, da ist noch einer. Welcher andere? Denk mal, ich soll... ...den hier nehmen? Oh. Ich sollte, glaube ich, rundherum gehen. Okay. Okay. Okay, das hab ich... Das hab ich verkackt. Nein. Sie wollte den, nämlich sollte drinnen rumschleichen. Du. Dummer. Oh. Ähm. Okay. Einmal nachladen. Ich hab nicht nachgeladen. ... ... ... ... So. Hm. Den hab ich nicht so gut erwischt. zwei Schuss noch. Okay, das lief nicht so gut, leider. Ja, ich hätte hier hinten rumgemusst. Sorry, Leute, mein Fehler. Sind hier noch welche? Okay. Das hier einmal mitnehmen. Da habe ich sie jetzt alle. Ich denke ja mal schon. Haben wir hier noch was drin? Okay. Okay, die sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Ach, Mist. Das war... Ich dachte, hier wären keine mehr. Okay. Oh, mein Fehler. Ich sprinte ab jetzt nicht mehr. Lieber ein bisschen langsamer. Okay, haben wir hier in der Ecke noch was? Nee. Okay. Nein. Ich wollte mich einmal verarzten. Kann aber auch kein neues machen. Nee, nicht damit. Kann ich eins? Ich könnte eins machen. So. Dann erst mal schleichen. Das ist sie. Okay. Ach, das war der hier, den ich eben schon gesehen habe. Okay, dann würde ich sagen, durch die Tür gehen wir wieder in der nächsten Folge. Danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.